US-LIA 2004 mit der Nachbrichtserstattung zum letzten Champions-League-Gruppenphase-Spiel der Saison. 22-23, der FC Bayern München trifft zu Hause auf Inter Mailand. Man hat den Inter Mailand zu Hause in der Allianz Arena noch nie besiegt. Kein Heimsieg gegen Inter Mailand, das sollte sich damit natürlich hoffentlich heute ändern. Bayern viel rotiert, Grafenbech endlich mal von Anfang an drin gewesen, Sabitzer wieder in der Startelf, Pavard auch drin gewesen und Josep Stanisic. Ich glaube, das waren tatsächlich alle Änderungen zum vergangenen Pflichtspiel. Und es hätte definitiv, hätte das Spiel ganz anders aussehen können. Inter in den ersten Minuten gut Druck gemacht in der Anfangsphase. Eine sehr, sehr fette Chance gehabt von Lautaro Martinez. War ein schöner Ball einmal vorhergespielt und dann, ja, hat er den aus zwei Metern tatsächlich über das Tor drüber, also geht runter zu Gretsch, über das Tor drüber geschossen. Sehr schwacher Abschluss, muss man sagen. Und es gab noch eine sehr strittige Szene, wo man schon viel Bayern-Dusel gehört hat. Es gab Eckball für Inter Mailand, Ball wird rausgeköpft. Es war dann, glaube ich, Barrella, der den aus 18, 19 Metern wirklich direkt mit einem Dropkick nimmt. Sadio Mané steht ungefähr am Elfmeterpunkt, nimmt die Hände so vor das Gesicht, kriegt den Ball an die Hände. Wurde überprüft, gab kein Elfmeter. Im Endeffekt, der Ball kommt so schnell, wenn Dina halt nicht die Hände vormacht, dann kriegt er den gegen den Kopf und ist erstmal ausgenockt für eine Minute und weiß gar nicht, was abgeht. Und ja, deswegen ist es schwierig. Er schützt halt irgendwie das Gesicht, er geht irgendwie zum Ball. Schwierige Szene. Ich finde, im Endeffekt, man kann sich, hätte es den Elfmeterpunkt gegeben, kann man sich nicht drüber beschweren. So geht es auf jeden Fall auch in Ordnung. Dann hat der FC Bayern aber angefangen, Fußball zu spielen. 32. Minute, 1 zu 0 durch Benjamin Pavard. Eckball von Kimmich, Pavard von Lautaro Martinez. Sehr, sehr schwach gedeckt. Steigt dann einfach viel für höher und kann den Ball ins Tor köpfen. Ansonsten gab es nicht so viele Torchancen. Tatsächlich, Upamecano zur Halbzeit raus, wurde nichts zu gesagt. Ich hoffe einfach mal, dass es wohl nur einfach eine Schonungsmaßnahme war, weil er super viele Minuten in den letzten Wochen gemacht hat. Wirklich super viel gespielt und deswegen heute einfach ein bisschen ruhig ist. 72. Minute, Chupo Muting erhöht auf 2 zu 0. Hat einen Ball bekommen, zentral vorm Tor und dann haut er den einfach mal aus. 19 Metern, einfach mal ein Strahl in den Winkel. Sehr, sehr schönes Tor, hat mir gefallen. Durfte direkt danach raus, dann kam noch Tell. Musiala wurde irgendwann eingewechselt. Wie gesagt, Davis zur Halbzeit. Paul Wanner kam noch auf den Platz, gab einige Wechsel. Es wurde durchrotiert, der FC Bayern besiegt das erste Mal zu Hause Inter Mailand. Sehr, sehr schön. Bayern tatsächlich in dieser Champions-League-Gruppenphase nur zwei Gegenteil hochkassiert und beide von Viktoria Pils in dieser so gefährlichen Gruppe mit Barca und Inter Mailand. Aber die beiden vereinen einfach mal mit insgesamt 4 zu 0 und 5 zu 0 weggehauen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr gute Leistung vom FC Bayern. Ich bin gespannt, was jetzt noch folgt in der Auslosung. Am Montag, meine ich, ist die Auslosung für das Achtelfinale. Einige deutsche Teams sind weitergekommen, der BVB auch weiter. Frankfurt-K.O.-Runde gepackt mit einem Sieg über die Zeit gezittert. Sehr, sehr cool. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Abonniert den Kanal, um keine Bayern-Videos mehr zu verpassen. Das war's von mir. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.